Das erste Produkt, auch sehr stark, ist bereits wiedergekommen, das heißt sofort lieferbar. Das ist für mich eine der effektivsten, kleinsten und einfach zu installierendsten Überwachungskameras für den Indoor-Bereich. Kaum größer als ein Eiswürfel, sehen Sie auch die Halterung mit Magnethalterung und einem Kugelgelenk genauso auszurichten, dass Sie mit dem Weitwinkel objektiv Ihre Räume überwachen können. Einschaltung bei Bewegung und das Akku betrieben, das Ganze wird gespeichert auf einer Micro-SD-Karte. Und der Clou, erstens mal HD-Qualität und zweitens ist die auch WLAN-fähig. Das heißt, Sie können auf die Aufnahmen und auf die Live-Bilder dieser Kamera jederzeit weltweit zugreifen. Jetzt denkt man, sowas kostet doch mit Sicherheit hunderte Euro. Nein, 31 Euro und 34 Cent kostet Ihre neue Überwachungskamera inklusive Nachtsicht, weil da sind auch noch Infrarot-LEDs eingebaut. Die Bestellnummer ist die ZX5282 und die 569 und wie gesagt sofort lieferbar. Lieferbar, in wenigen Tagen lieferbar ist unser größtes Balkonsolar, unsere größte Balkonsolaranlage. Das ist das Herzstück, der Mikroinverter, der den durch die drei Solarpanel generierten Strom umwandelt, den Gleichstrom in Wechselstrom und so direkt in Ihr Stromnetz über eine WLAN-Steckdose hineinspeist. Das heißt, tagtäglich bei jeder Sonnenstunde werden bis zu 1300 Watt Ihrer Grundversorgung einfach durch die Sonne bezahlt. Das heißt, das erscheint nicht auf der Rechnung und das ist für mich die beste Art, effektiv Geld zu sparen, weil Strom, der durch die Sonne erzeugt wird, den ich nicht bezahlen muss, das ist wohl das Optimum. Wieder lieferbar am 30.12., das heißt im Januar gleich installieren und die ersten Frühlingssonnenstrahlen zu 100% ausnutzen. Alles können Sie selber machen, bis auf das Setzen der WLAN-Steckdose. Das sollte eine Fachkraft machen, aber ich glaube, als handwerklich begabter Mensch weiß man, das ist keine große Sache. Die Bestellnummer, die ZX 3146 und die 569, der Preis 1424,99 Euro. In aller Munde sind zurzeit Notstromaggregate. Ich glaube, das wurde auch von der Bundesregierung mal empfohlen und das ist einer sehr leistungsstark und unglaublich stark nachgefragt. Unser Inverter-Generator, der ganz einfach hier Ihren Strom bis zu 3500 Watt Dauerstrom mit einem Viertakt-Benzinmotor erzeugt. Ganz einfach anzuwerfen, natürlich, falls ein Verbrennungsmotor ist, im Freien zu betreiben, aber dann einfach eine Verlängerungsschnur oder eine Kabeldrommel dorthin legen, wo Sie den Strom nutzen. Und so haben Sie für sich und Ihre Familie Sicherheit bei der Stromversorgung. Hier der Liefertermin, 30. Januar, bitte, bitte jetzt schon vorbestellen, weil die Liste wird immer voller, das heißt, der wird auch bald ausverkauft sein. Die Bestellnummer, die ZX 8283 und die 569, der Preis 759,99 Euro, kommt natürlich auch Porto- und Versandkosten frei zu Ihnen. Und jetzt kommen wir zum nächstgrößeren unserer Inverter-Generatoren, die übrigens weniger Sprit als normale Generatoren brauchen, weil sie nur die Motorleistung benötigen oder erzielen, die benötigt wird. Hier Spitzenstrom bis zu 4000 Watt, im Dauerstrom 3500 Watt und eine ganz tolle Besonderheit mit ATS-Anschluss. Das heißt, wenn Sie das möchten, das ist eine Option, muss man nicht, kann man das so an den Stromkreislauf anschließen, dass dieser Generator automatisch anspringt, wenn Ihr Netzbetrieb ausfällt. Lieferbar wieder am 6. Februar für 1139,99 Euro. Die Trolley-Funktion macht ihn natürlich unglaublich flexibel. Hier ist die Bestellnummer, die ZX 8247 und die 569. Und bei allen unseren Geräten, die Sie vorbestellen müssen, müsste ich Sie darum bitten, das auch wirklich zu tun, weil an den genannten Daten wird der Großteil bereits ausverkauft sein oder vorbestellt sein. Wenn es schlecht läuft, sogar die ganze Lieferung schon vorbestellt. Deshalb ist es clever, jetzt zu bestellen, sich den alten Preis und das Lieferdatum zu sichern. Also ran ans Telefon.